So und hier sind wir auch schon direkt wieder und letztes Mal sind wir hier stehen geblieben und jetzt müssen wir, soweit ich mich erinnere, da unten rein, weil da liegt eine alte Bekannte von uns. Dazu müssen wir erstmal eine Runde fliegen und vor allem das richtige Treffen. Ja, okay, ich sag einfach nichts. Let's fail Portal 2. Oh, das war peinlich. Das war noch peinlich. Ja, ich glaube, ich sollte nicht so viel trinken. Machen wir es halt ein bisschen langsamer. Vielleicht klappt das dann. Ganz langsam. Und... Sehr schön. Ja! Die Aufnahmen lösche ich.